Dein Rufzeichen ist Tork. Willst du den Feind aufhalten? Stacheldraht, Baby. Damit kriegt man ihre Ärsche seit dem Ersten Weltkrieg. Die Barrikade ist einsetzbare Deckung. Ist der gleiche Scheiß wie Stacheldraht, nur mit Mikrowellen. Ein menschlicher Toaster. Cool. Das kommt direkt ins Arsenal. Tork, du bist kein Zugführer. Du bist ein verdammter Kampftechniker. Dank dir sind Immobilien ein Traum und für die anderen ein Albtraum. Endlich mein Lieblingspezialist Tork. Damit herzlich willkommen zurück beim letzten der acht Spezialisten Tork. Im folgenden Teil war Sarah. Habe ich mir ein bisschen bedankstellt mit einer Rede, aber lass uns mal machen. Let's Witz. Ha! Charlie will durch den Eingang da. Wir müssen ihm den Tag versauen mit Stacheldraht. Nein, nicht da! An der Markierung. Okay. Ha! Ich hab ein neues Lieblingsgericht. Volltrackelgeschnetzeltes. Mach ihn fertig. Oh, oh, oh. Und denk dran, dass er eine frische Windel braucht. Pff, das war schon im Ersten Weltkrieg ein Scheißende. Was lange währt, wird endlich gut. Wie Stacheldraht an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig. Aha, man kann zwei gleichzeitig aufbauen. Zeigen mir Ihnen, dass es sich nicht gehört, in fremde Häuser reinzurennen. Verdrahtet toll. Und jetzt legt den Draht beim Eingang zum Serverraum aus. Platziere den Scheißdraht immer an Stellen, die man nicht sieht und nicht umgehen kann. Und jetzt heißt es zurücklehnen und warten, bis ein dummer Fisch anbeißt. Okay. Der Trottel steckt fest. Fies! Die Barrikade. Jetzt pack unseren Glücksdraht aus und platziere eine Falle unter dem Fenster. Aufräumen scheint dir zu liegen. Wie wär's mit ein paar Zielübungen? Na klar. Noch kann ich nicht schießen. Rück sie aus, wie eine billige Zigarre. Die Lage ist brenzlig, aber nicht aussichtslos. Immerhin hast du eine Barrikade, um deinen Arsch zu schützen. Und sie bietet nicht nur Selbstschutz, sondern auch ein Strahlungsfeld, das wie ein menschlicher Schneepflug funktioniert. Haha, jeder ist jetzt eine verdammte Schneeflocke. Barrikade aktiv. Die Scheiße kann losgehen. Verstrahlte Trottel. So wie wir sie mögen. Träge und langsam. Haha, er hatte die Autoschlüssel. Und jetzt stecken sie alle fest. Benutzt die Barrikade als Deckung und mach ihr sauber. Okay. So ein Mist aber auch. Wen erledigen wir jetzt? Auf zur nächsten Zielmarkierung. Die Party hier ist tot. Oh, war wie eine kurze Party. Oh, scheiße. Der Feind hat auch einen Opi. Und er will uns mit Stacheldraht fangen. Die Scheiße da ist kein Hexenwerk. Du könntest sie einfach mit einer Knarre kaputt machen. Aber ich habe eine bessere Idee. Benutzen wir einen Raketenwerfer. Das ist das gewisse Flair. Ein netter Ort, oder? Uns gefällt er. Wir sollten ihn behalten. Setze das, was du eben gelernt hast, als Anzahlung ein. Das ist eine echt üble Gegend. Etwas Rückendeckung kann sicher nicht schaden. Hey, dreh dich um. Wenn irgendein Genie auf die Idee kommt, hier einfach rein zu platzen, wird er das schnell bereuen. Nicht wahr? Dann lass ihn schön ausbluten. Ha ha ha. Der Immobilienwert hat sich gerade verdoppelt. Super. Der Feind will deine Ausrüstung zerstören. Du solltest es nicht zulassen. Also mach's wie Frank und hab's auf deine Flanke. Das war mir zu einfach. Wir wollen deinen Wünschen Draht töten. Jetzt wird seine Barrikade angegriffen. Alter. So. Halte die Augen offen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Also holen wir eine Limo. Aber nicht diesen Leitwilfen. So. Du solltest den Stacheldraht bitte beschweren. Natürlich hast du sie aufgehalten. Dein Team und deine Ausrüstung wissen das zu schätzen. Nein, nein, nein. Bild dir nur nichts ein. Kapu. Okay. Verbündete übernehmen Verteidigungspositionen. Es steht ein Angriff bevor. Ein großer. Und du hast Schwachstellen. Sichere sie. Wende das an, was du gelernt hast. Verteidige dich. Toll. Der perfekte Platz für Stacheldraht. Ha. Und ich dachte schon, du wärst hirntot. Mein Fehler. Da sind sie. Bleib standhaft. Das ist der ideale Ort für eine Barrikade. Gut. Du hast also aufgepasst. Lord, Idioten. Charlie has den Glücksdraht. Er wird ihn zerstören. Einer deiner Leute ist am Boden. Erhöhe den Druck. Du packst das schon. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Du steckst ganz schön in der Scheiße. Alle Verbündeten am Boden. Feindliche Truppen planen den letzten Angriff. Ohne Verstärkung bist du am Arsch. Einmal tief durchatmen. Zeit, den Helden zu spielen. Du brauchst ein Einsatzteam. Verdiene es dir mit einer Punkte-Serie. Du hast das Punkt-Elemit erreicht, ohne zu sterben. Die gehört dir. Wenn du stirbst, werden die Punkte zurückgesetzt. Und du versuchst es nochmal. Los! Na, da nicht mehr her mit euch. Okay. Das ist schon wieder einer. Einfach dran, neue SS7. Wegen der Punkte-Serie-Bestätten Einsatztriem erhalten. Hilfe ist unterwegs zu dir. Sieh mal da oben an. Jetzt brauchen wir nur noch die Melodie von Wagner. Ja, Mann. Du hast das geschafft. Du bist mein verdammter Held. Tua. Wo ist das mein Herzes-Team? Ja, ja, ja. Ups, verdrückt. Ich wollte eigentlich hinschlagen. Autsch. Wo ist das noch da? Wie in alten Zeiten, hm? Wir machen weiter, bis du da durch bist. Und ich hab's ernst gemeint. Du bist mein Held, Mann. Woods, nimm dir. Hey, 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 hey. Gut, dass du da drin bist. Ich hasse irgendwas. Tja. Der berüchtigte Corporal Kieran McKay. Hi, das bin ich. Beeindruckende Akte. Mehrere technische Fähigkeiten. Maßregelungen für Insubordination. Mangel an Disziplin und willentliche Zerstörung von Armee-Eigentum. Ah, ich denke nicht immer bis zum Ende. Sie sitzen drei Wochen ein und ihr Vorgesetzter liegt auf der Krankenstation. Können Sie mich darüber aufklären? Ein Haufen Rekruten. Kaufen drei Tage bei uns auf dem Stützbüttel. Zielen durch die Überraschungskontrolle. Herr Lackmeier hielt es für eine angemessene Bestrafung, sie über den Platz zu scheuchen. Zwei von ihnen haben sich unterkühlt. Nicht cool. Also wollte ich ihnen seine eigene Medizin schlucken lassen. Oder zumindest eine Dosis des stärbsten Abführmittels, das ich auf der Krankenstation auftreiben konnte. Der Wichser muss mir dafür auch so einige Male retten. Kann Arschlöcher nicht ab. Nun Corporal McKay, ich habe einen Vorschlag für Sie, der für uns beide von Vorteil ist. Team Deathmatch. Denk nicht so viel nach. Erledige den Feind und das schnell. Du lebst oder stirbst als Team. Pass auf deine Leute auf und sie passen auf dich auf. Erreiche zuerst das Punkte-Limit. Du gewinnst. Ähnlich ein stinknormales Team Deathmatch. Das hat es gleich noch gar nicht gegeben. Team Deathmatch. Schauen wir mal, ob ich mich wirklich darüber freuen kann. Spezialkräfte haben Einsatzfreigabe. Let's get ready to rumble. Bedrohung. Wir haben den Vorteil. Crash erledigt. Setz den Sensor-Pfeil ein. Das ist ja keiner. Oh, der zieht die Türkei halt da hinten. Oh, eine Schaf. Der Supermarkt hat geöffnet. Sie ist tot. Sie ist richtig. Das verdirbt jemandem die Laune. Aber wem? Ah, ich habe mich gekratzt. Dankeschön. Ah, da sind sie alle. Crash erledigt. Ah, ich bin voll. Voller Energie. Voller Taten dran. Oh, scheiße. Fasch. Das ist ja drückend. Ich trottel. Einzelner Schütze. Wer hat mich da angeschossen? Ein Abschuss. Zwei Abschüsse. Mit 10 hast du das nicht so, oder was? Leite Drohnenunterstützung ein. Huch. Abschuss. Heilige Schüsse. Drohne verfügbar für Aufgaben. Drohne in der Luft. Huch, huch, huch. Jetzt bin ich aber gleich kaputt. Ah, gar nicht mehr drauf. Drohnenperimeter eingerichtet auf 10.000 Fuß. Oh. Oh. Alter, Gold, mach mein Ding. Hier geht das nicht. Das verdirbt jemandem die Blaue. Recon erwischt. Hellstorm wartet auf Einsatz. Mein, 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 mein. Wo sind die Gegner? Wada. Wo sind die Gegner? Keinerlei Wirkung. Ja, geht das schwer. Last, mein Volk, Ziel. Oh, da unten sind Saga. Ziel erledigt. Ich habe Sterne. Da kommt hier, Bitches. Heilige Schüsse. Draht platziert. Heilige Schüsse. Heilige Schüsse. Drohne verfügbar für Aufgaben. Hellstorm wartet auf Einsatz. Hellstorm. Aufschuss. Joker, ein Tag. Offeter mit der Drohnen-Einsatz. Heilige Schüsse. Einer weniger. Nochmal hin, ja dann. Sensoren haben Ziel erfasst. Oh, das ist der Grund. 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 Sensor-Pfeil los. Sensor-Pfeil los. Chain-Taster. Ich war gerade verkehrt mit dem Mini weg. Deine Schüsse. Joker, 1,1 hat neue Befehle. setzte stacheldraht ein und bleibt unten genau autorisierung eines hellstorm start durch profit weiter so viel anerkleitung Wartet's. Drohne bereit. Drohne in der Luft. Sehr gut. Sensorpfeil unterwegs. Drohnenzeit bei 15%. Da haben wir die Nase kratzen müssen. Scheiße, da haben wir die Nase kratzen müssen. Wir haben es fast geschafft. Nicht sehen. Macht unten die Glück drauf. Draht in Position. Einer weniger. Ziel erledigt. Keiner mehr. Wir haben den Junk 1. 70. Da geht's bis 75. Setze Barrikade ein. Komm und hol's dir. Kommt und hol's dir. Oh, danke. Extra live. Extra live. Ha. Torg, bitte Drohne Kommando. Drohne in der Luft und startet Überwachungsoperation. Perfekte Planung. Perfekte Ausführung. Gute Arbeit Black Ops. Einer weniger. Ziel erledigt. Niemand gibt einen Scheißdreck auf dich. Du bist nur eine Nummer. Ein Mittel zum Zweck. Ein Bauer im Spiel der anderen. Ruhnen. Was zum... Wem machst du? Keine Zeit. Sie sind hier. Ausgänge kompromittiert. Suche einen anderen Ausweg. Was zum Teufel ist hier los? Ich sende dir die Adresse eines Unterschlups. Pass auf, dass dir niemand folgt. Nichts von den Spezialisten. Sind sie noch am Leben? Wer will uns töten? Sie manipulieren dich. Beobachten dich. Nutzen dich aus. Und wenn sie von dir haben, was sie wollen, lassen sie dich verrecken. Das ist Danny. Jessica. Du... Wie? Alleine beginnt man einen Kampf. Aber gemeinsam startet man einen Kampf. Mann. Säge. Das war das wahua... Sie ist in ein Kampf.